Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen, etwas informativen Video. Und zwar wollte ich euch hier eigentlich nur mitteilen, dass ich nämlich heute am Samstag um 12 Uhr mittags anfangen werde, meinen 12 Stunden Livestream zu machen, also von 12 bis 12 quasi. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr zahlreich mit am Start seid. Es gibt auf jeden Fall eine fette Party und ich hoffe, dass ihr da mitspielt. Wir werden unter anderem viele verschiedene Spiele spielen, LS, ETS, vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, was Neueres, worauf wir quasi demnach Bock haben. Und zusätzlich wird es auch das ein oder andere Gewinnspiel geben. Das heißt, solltest du Bock haben, irgendwas zu gewinnen, dann solltest du vielleicht auch dabei sein und das Ganze nicht verpassen. Also wie gesagt, von 12 Uhr mittags bis 24 Uhr oder 0 Uhr abends, 12 Uhr abends, wie auch immer man das drehen will, werde ich streamen. Ich habe mir vorgenommen, halt den 12 Stunden Livestream zu machen, auch einfach, weil ich mal Bock drauf habe, den 12 Stunden Stream zu machen, auch gerade, weil jetzt die weihnachtliche Zeit ist, habe ich mir gedacht, kann man das mal recht gut machen. Ja, wie gesagt, schaltet ein. Das Ganze wird hier natürlich auf meinem YouTube-Kanal geschehen und alles Weitere werden wir dann im Laufe des Streams, denke ich mal, noch klären. Wie gesagt, seid mit am Start, teilt es auch gerne mit euren Freunden, Familie, Bekannten, Verwandten, wen auch immer. Würde mich super freuen über den Support und wir sehen uns später im Livestream. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Vielen herzlichen Dank und bis später. Ciao, ciao.